Hallo, mein Name ist Bianca Brandes, ich bin Mitarbeiterin der Helios Kliniken Mittelweser und ich bin ein Teil der Klinikhygiene. Die Erregerübertragung ist allgegenwärtig, zum Beispiel über die Türklinke, über den Lichtschalter, über das Bedienen des Liftes, aber auch, wenn wir unser Handy in die Hand nehmen oder mit einem Schlüssel die Tür aufschließen. Erreger gehören zu unserem täglichen Leben mit dazu. Überall, wo wir mit unseren Händen anfassen, können wir Erreger übertragen. Im Alltag breiten sich Erreger rasend schnell aus. Und jetzt die Händedesinfektion als wichtigste Maßnahme, um Erregerverbreitung zu vermeiden. Darum ist es so enorm wichtig, die Händehygiene konsequent einzuhalten. Wie kommt das für dich? Und jetzt die Händehygiene, um auch immer hinzufügen. Doch nicht im Alltag heißt das, was wir mit den Boden sind? Alle Händehygiene. Zwischen Chäden, die Händehygiene. Untertitelung des ZDF, 2020